An einem stürmischen Tag fuhren ein paar Flüchtlinge in ihrem Boot auf der Weser und suchten nach einem Ort, an dem sie bleiben konnten. Plötzlich riss die Wolkendecke auf Sonnenstrahlen, schienen auf eine Düne an der Balge. Die Flüchtlinge entdeckten eine Gluckhenne mit ihren Küken. Schaut mal, wenn die Gluckhenne hier ihre Küken ausbreiten könnte, wollen wir hier auch unser Zuhause finden. Sie bauten einfache Hütten auf der Düne und fühlten sich sicher vor Angreifern und Piraten. Später siedelten immer mehr Menschen auf der Düne an und somit entstand die Stadt Bremen. Die Menschen bauten an der Schlachte den ersten Hafen Brems und viele Händler brachten ihre Waren nach Bremen. Amin Kiinbar Kichan Waren Kiinbar